Wieder vor, wie vorhin. Ja gut, ich geh mal wieder um meine Ecke. Hey, wo ist du? Da bist du, Schaff. Bleib auch bei mir. Da gehst du, da ist die Waffe. Auf dem Rucksack ist alles drinnen, was braucht. Wow, wo die Waffe hinspringt. Jaja, ist ein kleiner Pack. Auf dem Rucksack ist Magazin drinnen, Munition solltest du selber mitnehmen und den Rest von da vorne. Und die Tuschankas sind drinnen, gell? So, das muss ich aus dem Rucksack. Die Waffe ist jetzt die komplett schwarze Akraber, die du hast. Die ist nämlich gar nicht schlecht. Und wie du zoomen tust, musst du ihn fangen, weil ich hab mit dem Scope noch nie gezoomt. Ich hab das noch nicht so oft hergenommen. Du bist alt, rechte Maustaste, kannst du zoomen und STHG und rechte Maustaste, kannst du die Kamera wechseln. Du musst gleich mal testen. Ja, solltest du testen, bevor wir den Kampf kommen. Du hast noch einen Stress. Übrigens, das Multitool brauchte ich jetzt nicht. Okay, was? Auf den Adapter nicht, oder? Nee, ich nicht. Okay. Nice. Na, der Adapter und der Schaltdäffer waren schon zusammen. Ach so! Okay, okay. Das war's, damit du kannst dich denn mitnehmen und auf irgendeiner Waffe in der Welt aufgebaut. Ja, sieht's frei aus hier vor der Ecke. Nee, ist sauber, ja. Also den Zoom kann ich auf jeden Fall nicht weiter verändern. Nur halt oben drüber schießen, oder? Wollen wir weitergehen? Da muss ich alt gedrückt. Nee. Du musst irgendwas mit Scroll rein und musst zum Zoomen machen. Ehh, was hab ich denn jetzt gemacht? Also wenn ich alt gedrückt halte und dann nochmal zoome, ähh, dann scheint mir die Sonne in der Fresse hoch. Jetzt bin ich dran. Okay, geh mal. Ja, wieder wie vor uns. Ich geh schon rüber. Ja, ich würd sagen, wir gehen erstmal ein Stück durch die Garage und dann... Aber diesmal gehen wir komplett über rechts. Ich muss sowieso... Einer von euch muss vorgehen diesmal. Ich hab ja die Waren mit dem Langstreckenhäuser... Ja. Da. Schritte. Holz. Irgendwo vor uns. Down. No einer. Rechts. Ja. Achtung, der wird jetzt kommen. Der Hut. Ja. Das muss doch immer noch sein. Ab ihn. Sauber. Andere Seite abdecken. Ich bin jetzt kurz da, bei dem... ...Skev. Ja, das wohl besser ist der Skev, ja. Der hat ne Toss. Ja. Dann folgen wir grad die Toss. Ja, wenn sie jetzt anfolgen, dann pass die Toss. Leit, zwei Plätze. Das will ich so nicht. Hat keinen Rucksack, oder? Hat der einen Rucksack? Da ist der? Der hier hat keinen. Der hier hat keinen. Ich hab keinen Rucksack mit mir drin. Der hier hat... Der andere hat auch keinen. Schüsse. Ich bin bereit. Ich lad nach. Ich bin auf der linken Seite. Ich geh durch die Mitte. Ich geh ganz links beim roten Container, gell? Ja. Da komm ich... Da komm ich nach. Dann geh ich auch rechts. Wo soll ich? Ja. Hintenblaues Auto sieht frei aus. Ja. Wir gehen rund in die Richtung. Wenn du nimmst. Ich würde sagen, wir gehen ja durch den Durchbruch. Ja. Du bist da unten bei dem Gang, oder? Wir gehen ja durch den Durchbruch bei uns. Nein, wir gehen da raus. Gut. Wir gehen jetzt weiter. Über die Halle, oder? Ich würde über rechts gehen jetzt hier. Also über die... Schüsse? Am Ende? Nein, über die Züge. Züge. Das ist schon weiter. Ja. Also ich würde jetzt hier hinten über rechts gehen. Diesmal. Wir kommen nach rechts hinterher, ja. Sie sind daheim. Ja, Juli gehst du vor. Weil ich habe die Sniper hier. Okay. Ich könnte zwar für... Also aus der Hüfte kann ich schießen. Das ist kein Problem. Ich mach hinten dicht. Nein. Das ist ja das schöne... Guck mal. Egal ob man rückwärts oder vorwärts läuft. Man läuft immer gleich schnell. Ah, jetzt läuft das bei anderen dann. Ja. Starts ist soweit. Frei. Ja, aber auch da hinten noch passen wir das auch. Ist gut das vor. Ja. Siehst du denn? Mit dir müssen wir es auch machen können. Zum Beispiel. Ja? Mit einem Dallcontainer da. Da drinnen. Da probierst du ihn mal. Ah, hier? Ja. Das ist ein Questcontainer da. Ja, ich weiß aber. Ich weiß nicht genau wie der ist. Ja, ich kann den aufmachen. Ja. Das ist der Schlüssel was du da vorgrabb hast. Ja, den kriegst du aber wenn du die Quest hast, kriegst du den auch. Hängt eine Jacke drin. Ja. Da musst du dann was reinlegen bei der Quest. Die Ohren musst du da reinlegen. Oder... Ne, das goldene Zippe. Wir sind weiter, gell? Ja, ich bin ganz rechts am Wasser. An der Mauer. An der Mauer. An der Mauer. Ah, alles klar. Das sehen wir hier an das Bäumchen. Ja. Aber ich sehe halt nirgends so einen Feind. Ja, immer mit Ruhe. Das kannst du so schnell ändern. Ja. Ich geh jetzt in Richtung Übergang. Ah, ich komm mit. Ah, ich komm nach. Immer hinten abdecken. Immer hinten ein bisschen abdecken. Genau. Und immer bei den Zügen oben aufpassen. Ja. Da sind die Waggons durch. Da sind sie schnell bei uns. Pass auf, ich geh jetzt oben in den Waggon rein. Und ziele mal bis rüber. Ei. Du sagst, dass du ihn geschaut hast. Ich warte. Weil ich geh noch nicht rüber. Jetzt da nicht in der Hinterhalt warten. Wir gehen da in Position, bis er geschaut hat. Okay, gar nichts. Nimm dich auch nicht. Okay, ich war quer jetzt bis zum roten Container. Wenn was ist, dann schießt du jetzt eh auf mich. Wirst du langsam? Moment mal. Hinten Brücke. Bei den Dingern. Da hab ich doch grad was laufen sehen. Ganz hinten. Ganz links oder was? Ja. Ende von der Brücke. Irgendwo bei dem Büsch. Ja, wir bleiben da. Schüsse. Gelände oben. Baustelle. Glaub ich auch, oder? Definitiv Spieler. Ihr seid noch hier unten, ja? Ja, wir sind beim roten Container. Wir sind am Stein. Vor dem roten Container. Wir sind am Stein. Wir sind am Stein. Was, alle? Oder Chilion? Nein, ich bin noch am Anfang von dem Übergang. Gut. Also ich und Dingern sind am Stein. Weil ihr gerade eh noch lang gelaufen ist, das war Chilion. Nein, ich bin noch am Anfang von dem Übergang. Chilion ist noch unten an dem Anfang. Wie gesagt, ich sehe nichts. Ich gehe weiter am Ufer lang und gucke. Geht ihr schon drüber? Nein. Ich versuche dann über den mittleren Übergang zu kommen. Nein. Passt. Ich renne rechts hin. Ja. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Und bin am Stein. Ich gucke halt vorne auf die Brücke bei dem... Auf jeden Fall sind hier Skeps bei mir irgendwo. Schüsse. Schüsse. Braustelle. Ja. Braustelle. Braustelle. Ja. Braustelle. Es ist ein Kieler. Ich bin beim L2B oben. Ja. Also oben ist keiner drauf. Da oben ist keiner drauf. Da oben ist keiner drauf. Gut. Das machst du die Kiste looten oder? Ja, mal ruhig. Ich sehe einen Skev. Ja, dann gib ich wieder Deckung in der Zeit. Ja. ich bin ja ich bin ja ich bin noch drüben also ich gucke gerade ich sehe da oben schon was rennt spieler spieler vor der baustelle richtung brücke ich bin jetzt oben rücke ich bin ja ich bin noch drüben also ich bin das ganze nicht dass sie hier schießt ich glaube jetzt vor ans metalltor ja 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 hinter mir sind skeffs ja es war bei mir das war hat mich auch nicht getroffen es war ein skeff ich bin jetzt auf der brücke wer schießt links links keff an der an der am market wir sind am weißen auto ich bin oben wie gesagt dann die nach links ist auf jeden fall ein spieler gerannt ich bin ich bin im bus und ihr seid an dem wenn ja er reißen auto bin es im bus drin auf der baustelle ich laufe richtung baustelle links links an dem marketing in den klänen einkaufsladen dann hast du die scheiben gerade geförstet oder ja aufpassen jetzt wird oben das geballert es gibt dauernd an dem marketing an dem klänen einkaufsladen da an der größe ich bin immer noch auf der brücke jeden fall war da ein spieler du hast hier gerade ein spieler mit einer asv erschossen ich nicht ich bin jetzt auf der brücke laufe zu den sandsäcken ich habe den auf jeden fall gerade seine asv geklaut kann ich die auch mal testen ich bin noch an der an der durchgangspür wo seid ihr jetzt ich bin jetzt an den sandsäcken auf der brücke ja komm jetzt vorgelaufen das ist richtig groß warte mal ich habe hier einen rucksack hast du ja der großen pilgrim ja dann habe ich den weg ich brauche sonst einen rucksack ich habe mich gerade von dem spieler es ist nur so normaler so mbss ich habe mich selber wo bist du jetzt ich bin neben der brücke an dem an den pilgrim nein ich schaue mal aufs gelände rein durch den durchbruch achten ich bin am durchbruch ich habe jetzt also ich bin auf der kreuzung und habe einen blauen pilgrim gut ich bin auf der anderen seite wir gehen aufs gelände ach ja der hat einen sks das ist top da habe ich noch eine ordentliche waffe achso du willst ja die mission machen gell mit leuten ja wir müssen auf jeden fall auf die baustelle ok wir safen jetzt irgendwer ist durch den zaun durchgelaufen ja ins gef ich habe es gehört warte ich muss mal schnell die sks hier looten da habe ich vielleicht noch eine ordentliche waffe für einen nachkampf jetzt wieder minimale kommunikation jungs dass wir ja alles verstehen wer läuft ja da läuft irgendwer ich bin gerade gelaufen ok seid ihr jetzt auf dem gelände schon wir sind am gelände ja ich komme jetzt auf ich bin an dem markt in dem glän ich komme jetzt in richtung zu euch ich sieg wir hin stopp down hier ähle hier leute ich checke mal schnell die straße ja also sieht ruhig aus ich komme jetzt zu euch rechts ist auch frei ja da kommt was ja gesehen schießen also hinsicht ich komme jetzt durch einen durchbruch hinter euch tot habe ich hinter euch einen durchbruch hinter euch ja linke seite ist noch nicht ganz sauber da ist noch irgendwas gelaufen da ist noch irgendwas gelaufen gerade ich gehe hoch ja bin ich auch da ist der linksseite gelaufen ja du bist auch oben das ist klar ja ich bin inzwischen drin auf der zwischen kevs kevs bei dem runden metalldinger bei der grünen wand hinten bei uns ich seh nicht er ist gerade um die ecke er ist gerade hinter dem runden ding zurück verschwunden ich habe mir die waffe gezogen jetzt bis ich wackelt habe definitiv ja kontakt tot hasilien ich dritte den lkw habe ich habe ich die laden nach ich komme jetzt runter machen den lkw auf jo die deck linksseitig ab ich nach rechts bin gelaufen ja ist gut ich bin links bei den fressern in position bin derzeit oben ja hier bei mir ja da links 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 in dem ding drin ja ich sehe die waffe kriegt sie es ich hole ihn ich hole ihn ja du hast schalltämpfer ich habe jetzt bloß die sks ja video ist offen kommt aus hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich noch einer noch einer außerhalb stimmen linksseitig außerhalb vom gelände aber denkt daran hinter uns noch abdecken nicht dass hinter uns noch ein aufzugler kommt ja ja ich bin deswegen bin ich hier oben ich bin links vorne in chileo hast du die ohr schön ne ne die liegt unten ja die liegt unten im fußraum ok dankeschön ich lauf jetzt über rechts richtung durchbruch ja ich rück hervor alle nachrücken langsam da kommt die das kaff hat eine weiße fußbäste an wenn er noch braucht ja ja ich hab den packer an ich laufe ich laufe ich laufe abebre hat da mit ich will nur kurz reingucken ja 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 die beste nehme ich der hat auch noch eine uuuuuhh die große wester hat der ja eine ja die würd ich gerne nehmen was die schwere die nimmst du mit wa ja was die port auch noch Das Gap ist hier noch hinter dem blauen Zaun, rechts Ja, deine Position jetzt, wo bist du? Achtung, da ist da einer, außer das Wort, den du gerade erschaffen hast Ich habe gerade einen hinter dem Zaun erwischt Ja genau vor mir, hier links war einer, genau hier davor Hier rennt was Da ist gerade was gerannt Ich schließe auf Ja, ich ziehe links auf dem Durchbruch beim Zaun, am blauen Ja, links, den habe ich auch Ja Ja, wie du brechst Ja, ich höre die Push, haben wir einen Push gemacht Ja, das war ich Ja, du hast den Entschossen, den ich gesehen habe Achtung, links Ich hoffe, der schmeißt dich wieder eine Granate Ja, passt auf Der kann irgendwo hängen bei den Stufen Achtung, der hat euch gesehen Der hat was gesehen Oh, war knapp Das war knapp Der ist direkt hinter dem, ja, der ist direkt hinter der Mauer hier Hinter dem Gebäude Achtung, ich hau nicht Ah, das ist Wer schießt? Ich Ich weiß jetzt nicht, ob er daun ist Ja, ich gehe verdeckt Guck mal Richtung Brücke Ja, ist wahrscheinlich daun, der war gleich hinter dem Durchbruch Brücke sie Die Boah, wir schießen Guck mal Guck mal Ja Mach ich hier oben auf Der ist immer noch hinter der Mauer hier irgendwo Ja Ich sehe ihn nicht Ja, der schießt da auch, der hat ein Lkw getroffen Der ist weiter weg Da ist saufig Ja, passt von den Doms aus auch Was ist denn der Schweine? Der wär da drüben Der wär da drüben bei den Schiff Ach, da ist er, da ist er Ja Da unten Da unten, da unten Eier, ass voll, alter Pupp Headshot, Pupp Headshot Schon der zweite jetzt Gibt's da oben was drin? Nö Ja, da ist aber schon nur Scheiße drin gewesen Also wenn jemand Scheiße will, kann er es nehmen Hahaha Nö, Scheiße, bitte nicht Scheiße, ich bin im Klo So Nur, dass der Foto da ist Könnt ihr schnell rüber? Ja Guck ich kurz in den rein, oder guck ich nicht in den rein? Ja, der hat da Webre mit da Der hatte der andere auch schon, aber ich Ja, baue ich den Griff hinten aber Oben Brücke sieht auf jeden Fall clear aus Das ist die Miete, der Frau Ja, nimm ruhig, nimm ruhig Ich will nur kurz mal in den reingucken Ich hab da jetzt zwei Waffen Ich bin die Kinder tragen Ich baue immer hinten in den Griff runter Und man braucht sich alleine sechs Plätze Da kann ich sehen, man muss da mitnehmen BAM Ich glaube, wir haben noch schon zwei im Rucksack Gehe vor Richtung Brücke, ne? Ja Ja Wir gehen über rechts Ich mein, ihr seht's ja Ja, genau Also ich hab den blauen, ich hab den blauen Pilgrimmer Ja Achtung 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 Kappen Sauber Das sind jetzt nähe Brüchte Ich hab ihn links schon gesehen Ich geh auf die Brücke jetzt Rechts Und Boah Alter, jetzt hat Entweder hat ich ein Leck oder du jetzt ein Leck Ich höre Bots reden Bin unter der Brücke tue ich Geh jetzt auf die Brücke Geh jetzt auf die Brücke Ich bin hinten nach der Brücke Ja, da bin ich Soll ich die Tankstelle looten oder nicht? Ah, ich weiß nicht Ich würde sagen, diesmal lassen wir hinten den Die Gasstechnen aus Die Gasstechnen aus Und gehen Burscht die Tankstelle Ja, das ist die normale Tankstelle Ja, passt Durchbruch ist offen Achtung die Abkürzung Ja Ich bin jetzt links vor der Tankstelle In dem kleinen Wäldchen Mit dem Schrott Mit dem Stein Ich muss hier Ich muss hier auf das Gelände Geh jetzt rechts Über die Tankstelle Achso, wir müssen ja mal kurz auf das Gelände Ja, ja Wir müssen kurz mal darauf Ich muss da hinten an die An die Sting Wo wir vor uns fahren Ich gehe chill hier Gehst du mit ihnen schnell durch? Ja Wir checken hier das Gelände Du weißt ja wo es jetzt ist Ja, ja Ich freue auf uns dabei Jetzt Geh jetzt bei der Tankstelle Geh jetzt bei der Tankstelle Flitz rüber An den LKW Wir sichern der Weile die Tanke hier Ja Ich sehe jetzt nichts Ich geh rüber Geh rein Geh rein Ich schreibe auf der Hinten her Passt, sauber Geh rein Du hast auch noch zu dort Da ist das, dass es auch gerne ist Guck mal hier rein Ja Auch zu Da kann ich noch Öff machen Da habe ich noch einen Schlüssel Ja, Medizin Hast ja Medizinraum Und macht das nächste Ja, den nächsten glaube ich habe ich gar nicht Was brauche ich hier? Wo liegt das nochmal? Das liegt da unter der Jacke Pass auf Hier Da ist auch nichts von mir Ach doch da Jetzt Gut, habe ich Mal wieder zurück Einfach im Schnellschritt Zack, zack, zack Weg Na So Guck mal nochmal hier rein Okay, wir kommen Ja Ja So, ist sauber So, da kann ein Schlüssel rein liegen auf der Tankstelle Aber ich habe den schon Genau, da liegt der Schlüssel vom Medizinraum Genau Ich gehe zu den Kassern In der Tankstelle Nimmst du zwei, ich zwei Kassern, oder? Schauen wir mal Nimm die letzten zwei Nimmst du die ersten zwei Schritte? Jaja, das sind wir Das sind wir Das sind wir Ja, fast Hallo 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 So, ich bin durch Naja, ich habe noch eine Kasse Ich bin durch Gehen wir hinten raus, oder? Da ist noch mal keine Waffenkiste Oh, hast du doch mal Tuchanga gefunden? Ja So, ich mache hinten auf Jop Ich habe noch einen Tuchanga mehr, wie ich kaufe Schneider auf dem Dach ist weg Weil die Kiste will loopen gehen Ich gebe Deckung Ja, ich gebe auch Deckung Ja, ich gebe auch Deckung Ich gehe rechts, ich gehe rechts hinter die Rohre Ja Ich bleibe linksseitig Ja, wir haben noch eine Viertelstunde da also Ja, ja Wir werden vorne den Den Wachtturm noch loopen Da habe ich einen Schlüssel mit Gut, den habe ich nämlich auch nicht Ja, den habe ich mit Vorne ist auf jeden Fall kein Sniper oben drauf auf dem Turm Ja, ich gehe linksseitig Auf deiner Höhe Da ist nichts mehr drin Es reicht aber, wenn ich reingucke Es gibt nur glaube ich, wenn was drin ist Ja, ja, nur wenn was drin ist Gibt es Hättest ein paar Kakaugummis reingelegt Boah Ich laufe über links mit hier Ja, wir sind rechts am Rohr Da oben ist die Hütte, da gehe ich mal reinkommen Willst du da mal rein? Ja Nein, dann aber schnell schnell Zack, zack, zack Ich bin rechts an der Mauer Erster Durchbruch, wo ich gucke Ich bin jetzt bleib am Wachtturm Das Gev Gev ist gerade in die Halle rein Nein Wir sind links an der Hütte Ich bin am Wachtturm, ich schwere die Tür jetzt auf, gell Ja, geht rein Wer rein will, geht rein zum loopen Auf jeden Fall war da gerade ein Skev Ich weiß nicht, ob es ein Spieler war oder ob es Ähm Ähm Ein MPC war Wer rein will, die Tür ist offen Was gibt es an der Runde? Granatenkiste, Munition und hinten Wenn Waffen drin liegen Ja Pisschen Für ein Skev, aber seh nicht Wird jetzt ein Markie? War auch denn wer? Mh ne Hab ich Für uns Skev, aber seh nicht Ich glaube der ist in der Halle drin Ich find hier Ja, der geht da die Runde Was ich noch nicht kenne Da bewegt sich was, ich seh'n Da bewegt sich was, ich seh'n Aufschüsse Ja ich Kappen Ne ne ne, das ist unser Mann Ich geh jetzt in den zweiten Durchbruch Gev Jo, der Skev davor ist tot Ich weiß nicht, ob da noch einer ist Ich schau' Ja hier ist eigentlich grad nur Die Hörwehren, Stimmen Da ist Sauna Kommt zum Durchbruch Gut Rechts, rechts bei mir hier sind auch schon mal welche Ja ich schau' kurz, warte ich schau' von der Länge runter Beim Eingang nicht Beim Eingang nicht Bei deinem Eingang, der ist sauber Ja, aber dahinter ist schon labern Ja ich schau' da rum Ich glaube, ich glaube er ist an links Achtung, bei mir, bei mir, bei mir Oh ja Wo? Der ist bei dem Eingang Links ist er bei dem Eingang Ja auch Grenate Es läuft da Ich bin jetzt durch den Durchbruch schon durch Also ich geh hinter dem blauen Container Fast Ding Gehen vorne, Skev Drinnen in der Halle Ding wie Skev, ja Aufpassen Da ist er Daut 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 Da ist vorne, da ist vorne Achtung Links, links Ziemlich scharf, links Grev, geradeaus Granate Granate fliegt Da soll er herkommen Ich leg mich vorziehen, ich muss nachladen Ja Links, Abi Abdecken, da ist er Definitiv Ganz ganz hinten, links Ja, ich guck schon hin Sie seh' das schon nicht Ah, ich seh' ihn, ich seh' ihn Ich seh' ihn Kräft nicht Ja, der hinten, hinter dem Rohr Ja, ich geh' da hin Achtung Ich geb' dir Deckung mit Ja, der redet da Pass auf, das sind auch definitiv noch mehr Ja, ja Das sind doch neben dem Rohr irgendwo Ja, ich glaub' der ist nach unten gekommen In dem Mulder Ja Ja, der steht da unten Rechts, rechts neben mir redet auch noch irgendwas Ordnung Da schießt wir Nate Boah, ich hab' ihn Ich geh' mal in die Halle reingucken Ich geh' mal in die Halle reingucken Bist du das mit den Schritten? Ich bin in der Halle Ich bin hier bei dir, ja Ja, bist du bei der Halle? Ja Ja, okay Der hat noch Webro mit, wenn er noch braucht Aber in die Box hat er nichts Okay, wir fallen noch ein bisschen zurück zur Halle Da können wir noch mal in den Factory-Key loopen Ja, wenn er da ist Ich denk' mal, der war Der Das sind da zwei auf den Kisten drinnen Ja, ich glaube der ist weg Ich bin jetzt in der Halle In der Ehen Halle hier vorne Ich guck' erstmal noch hier alles durch Ja, ja Ich bin jetzt da bei dem, wo der Key spawnt In der Halle Die Tür ist noch zu Noch jemand bei mir? Ja, ich Ich schieße Achtung, ich mach' die Tür auf Geh' rein Ich komm' auch zu dir dann die Halle Zwarter Schlüssel ist auch nicht da Ich geh' auch zur ersten Kiste Ja, wir kommen jetzt auch zu euch Ja, rufst du hin? Ne, hier rechts rum, ja Ich bin in der ersten Kiste dran Ich komm' rein Nein Die ist leer Die hat's schon weit gehofft Die ist komplett leer Nee, also ich hatte jetzt auch schon oft genug Dass irgendwas leer war Obwohl da keiner Ja, die haben den Loot runtergesetzt Ja, aber das passt schon Ja, das passt schon Ja, das passt schon Dauert's wenigstens Jetzt sind rechts die Schritte Achso, das ist von uns Ja Ja, ich geh' zur zweiten Kiste Die ist offen Die ist offen Ah, klar, verdammt nochmal Ja, hier waren schon welche Die sind nicht auf welche gespawnt Nein Okay Wir sammeln uns wieder Sammeln uns und gehen hinten raus, oder? Ja Ja, ich will ja sagen Ich bin da Leck, leck Oh ja Ab jetzt So aufpassen nicht Das hier Wie bei mir selbst Da saß einer hinter dem Waggon hier oben, gell? Das ist absolut die Förner gewesen Bei mir seien sie da, da vorne Da haben wir ausgegangen zum vierten Busch gehockt Vier Spieler Boah Was haben wir hingerichtet? Ich geh' hoch Ich geh' hoch Hier oben ist nichts, hinten ist Hat hier gerade was geredet? Dankzu Irgendwo Und Bis gerade Okay Okay Okay, ich bin da Achtung Ich kann auf dem Busch hocken Ich checke rechts im Busch Mach die Tür auf Ich geh' nach unten Ich schau' ob er unten hockt Achtung, Schuss von mir Kommt runter Kommt runter Kommt runter Kommt runter Kommt runter Kommt runter Und durch Huch Huch Oh, wie war das denn? Huch Oh Oh Niemals Ja Wicht ab nach oben Gute Runde Gute Runde Jetzt hab ich auch mal so eine Hyper-End-Waffe Aber ne coole Runde, jetzt sind wir wirklich alle durchgegangen Ja Gute Absprache Ja, echt super von Absprache Ich hab' gut gedacht